ja ja ich bin auch hier wird es auch Welt wir haben jetzt mit uns er ist ein Jahr angeboten dann möchte ich auch ein nächstes an einander mit dem ausgang nahe ein breit die gebraucht so wird ein bisschen offen nr ohne das einer von euch ein freund von momentan auf hat er gar nicht das so ja ich auch die ersten haben dann haben wir drei in der fahrt geschickt ok jetzt will ich hat so alt oder Energie nehmen Banken aber er sei ehrlich zu müssen in den letzten um also von meiner Skizze habe ich ganz viele fünfziger Blitz aber um von Freunden und wenn du mehr von so und so schauern es ist jetzt die gerade hast du auch an so ein bisschen Warte um ungefähr die hier das Krumm ja du kannst gucken aber bitte nicht nehmen ja er war so gut ein ein auch immer noch nicht hier was ist es für die Hundertsechner Tonnen als er aufgrund des Hundertsechs Oha danke was ist auch Hundertsechster Prozent die mir eine Waffe Feierball ja eigentlich kann ich doch hier nix geben wir sehen nix achten doch mal wieder deine Waffen, also ich gucke hast du Malachit? nein ich hab kein Malachit was hast du denn so am Material ach so Obsidian, Brightcore oder so? ich hab nur Silber und zu Kupfer ja okay geh nach hinten ich muss gucken und jetzt? also jetzt? also jetzt? so wie ich wurde das kennt ja? hast du grad das kennt? ja wie? ja ich komm ja komm jetzt ja sie ja sie warte ich muss kurz weg das hat sie in der Städte ja äh 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 fast voll ladyset äh äh er hat sich in der Raum zu wenn man nicht ich noch mal Ehrenmann wie die Waffen zu nein 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 das hat sie in der Städte hat sie in der Städte hat sie in der Städte ja 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 du musst du schiesst schiefst hab das bitte guck doch was ist jetzt ich muss sagen dass der war wurde gescannt nicht nicht nur nicht mal da dann jetzt noch nicht mal da er meinte zu dir geordnet gescannt und im Kopf. Barsch, Milterboss, hier hast du die Waffe zurück, komm. Hast du gesehen, welches es ist? Ja. Hey, mach immer so, Milterboss. So. Du hast auch gelegt. Sag noch mal. Du, sag noch mal, weil du hast was gelegt. Waffe. Lass damit. Und, Hanno, bekomme ich meine Waffen wieder? Hier gegen Traden, warte. Hier kommen, Milterboss. Hanno, bekomme ich meine Waffen wieder? Nimm mal meine Rasierklinge zurück, Milterboss. Wie hat Ayub? Ups, ups. Ayub, gib die mal her! Scheiß Gamma. Das war nur Schwarz. Klar, was ich meine. Lass mich mal hier raus. Ich will meine andere wieder 82er mit den anderen Stats. Ich hab doch keine Rasierklinge. Was willst du von mir? Du bist du fett, sag. Ey, Mollterboss, das ist alles auf Video. Ganz ehrlich, Alter. Die scheiß Gamma. Ich lad das hoch, ne? Wie du Leute scannst. Deine Mutter ist auch bei Google auf YouTube. Okay, dann tschüss. Ja.